Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Nachdem unsere beiden Kanäle Hörspiele und Hörbücher Black Edition bzw. Blue Edition mittlerweile viele Fans gefunden haben, können wir euch mitteilen, dass es nun zwei weitere Editionen bzw. Kanäle gibt. Dies wären Hörspiele und Hörbücher Red Edition und die ebenfalls neue Green Edition. In diesen werdet ihr einen Genre-Mix von Stücken finden, welche bisher in der Black Edition, deren Fokus auf Thrillern und Krimis liegt und in der Blue Edition, wo fantasievolle Sci-Fi-Geschichten zu finden sind, leider keinen Platz gefunden haben. Wir würden uns freuen, wenn wir auch mit diesen beiden neuen Kanälen euren Geschmack treffen. Die Links zu unseren nun insgesamt vier Kanälen findet ihr im ersten angepinnten Kommentar. Nun aber genug der Vorrede und weiter mit dem nächsten Stück. Wir wünschen gute Unterhaltung. Henry. 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 Oh Henry, sieh nur. Was? Gleich ist es soweit. Ach so, natürlich. Verzeih, Liebste. Ich habe gerade an etwas anderes gedacht. Also, wo? Ja, da. Ah ja. Ja. Bist du sicher? Aber Liebste, am Gitarre wissen soll ich das. Ich bin ganz aufgeregt, du nicht? Doch, ruhig. Ich auch, Liebste. Muss ich schon sagen. Ist ich keine alltägliche Sache. Oh, Junge. Eigentlich, Junge. Oh, ich bin ja so glücklich. Oh, Henry. Henry. Du hast recht, Liebste. Es öffnet sich. Oh, Angela. Oh, ist das nicht aufregend? Ich will es bewirken. Ken und Doreen hatten zwar... Ich, Henry. Von Ken und Doreen will ich nichts wissen. Aber Liebste, nur weil sie vielleicht etwas anders, etwas primitiver... Liebste! Oh, Liebste! Wie lange habe ich darauf gewartet? Siehe doch, Sie! Liebste, sind Sie nicht bildschön. Oh, so blass, so satt. Und so unschuldig. So hilflos, ohne Ihre Flügel. Und ganz der Vater. Oh, Henry. Mindestens zwölf. Ganz bestimmt, wenn nicht mehr. Erzähl doch mal. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Nee, zehn, zehn, glaube ich. Bist du sicher? Ziemlich, ja. Hier ist doch noch eins. Ich fürchte, das ist nur eine leere Eisschale. Trotzdem zehn. Zehn ist eine stammliche Zahl. Und Sie sind wirklich bildschön. Und das ist das Entscheidende, wie Sie sind. Nicht wie viel. Richtig. Ich wüsste auch gar nicht, was du mit zwei. Überall krabbeln Sie herum. Dauert unter unseren Füßen. Eben. Ohne, dass man eins vom anderen unterscheiden kann. So ist es. Ja. Also, zehn prachtvolle Junge. Wie viele Knaben? Und wie viele Mädchen? Du zählst die Mädchen, ich zähl die Knaben, ja? Gut. Eins, zwei, drei, vier, fünf, 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 bitte. So was. Ideal. Genau, was ich mir immer erträumte. Sebastian, Paul, Anne, Maurice und Thomas. Sarah, Elisabeth, Rebecca. Angela. Angela, aber so heißt es schon. Na und? Richtig, warum eigentlich nicht? Angela und Silvia. 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 Aja. Oh, Sir Archibald. Guten Abend. Michael, schon lange hier? Nein, nein, ich habe nur schon ein paar Kontrollen durchgeführt. Die vorjährigen Junker-Karlaken haben ihre letzte Häutung hinter sich. Alle die, die wir im Dauer hell halten, wie auch die im Dauer-Dunkelbehälter. Gut, gut, ausgezeichnet. Können wir jetzt mit den Tagesrhythmus-Experimenten beginnen? Was macht das alte Männchen, das wir Ende letzter Woche im Dauer-Dunkel gesetzt haben? So ziemlich das, was wir schon gestern Abend erwartet hatten. Die Kurven zeigen endlich einen deutlichen Verlust an Laufaktivität. Gut, sehr gut. Ja, ich möchte eine Transplantation an ihm vornehmen. Wenn wir dem dicken alten Daddy das Unterschlundganglion eines der gerade ausgewachsenen Männchen einpflanzen, müsste sich sein Laufrhythmus reaktivieren. Gute Versuchsobjekte, die Periplaneta, sehr gute. Ich habe früher einmal mit einem Pilzkäfer experimentiert. Bolli Totoros Kornutas? Richtig, ja. Haben Sie den auch schon benutzt? Nein, nein, nein. Ich habe nur den Park- und Kieler Bericht im letzten Heft der Ökologie gelesen. Die kamen ziemlich zu den gleichen Ergebnissen wie ich seinerzeit. Mein kleiner Bolli Totoros hat seinen Laufrhythmus im Dauer-Dunkel dreieinhalb Monate lang beibehalten. Dreieinhalb Monate, man stelle sich vor, was das heißt. Ein, ein Drittel Mal rund um die Welt. Haben Sie in Oxford eigentlich viel über Aktivitätsrhythmus gearbeitet? Nein, eigentlich nicht. Mein Hauptgebiet war Schädlingsbekämpfung mit Sexuallockstoffen. Den Sexuallockstoffversuch haben wir uns ja für morgen vorgenommen. Ah ja, ja. Nur mit der Laufaktivität von Stabheuschrecken habe ich mich ein wenig beschäftigt. Ah ja, Gehirnextirpation. Ja, wir stellten fest, dass alles Gehirnextirpation, Zerstörung des Vorderherns, Extirpation der Unterschlundganglien, wie auch Durchtrennung der Oesophagusnerven zur Folge hatte, dass die Tiere keine Laufaktivität mehr zeigten. Bemerkenswert. Ja, aber noch bemerkenswerter war, dass wir den Rhythmus weder durch Implantation von Gehirnteilen noch durch Implantation von Ganglien wiederherstellen konnten. Der arme Carausius Morosus. Der arme, ja. Aber ich bin froh, jetzt an Kakerlaken zu arbeiten. Na dann. Schreiben wir zur Tat. Ach, äh, wie geht es Lady Mary heute Abend? Etwas besser? Nein, 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 leider nicht. Wissen Sie, ich habe... Ja? Ich habe die leise Hoffnung, dass sie sich für kränker hält, als sie ist. Ich meine, ich hoffe... Ich hoffe, es steht nicht so schlecht um sie, wie sie glaubt, beziehungsweise befürchtet. Und dass es ihre Befürchtungen sind, die sie so schwächen. Und dann hängt also alles ab vom... Ja, vom Untersuchungsbefund. Und wann ist der zu erwarten? Morgen, übermorgen. Ich werde die Daumen drücken. Tun Sie das, Michael. Tun Sie das. Ja... Und wie geht es... Haben Sie inzwischen etwas gehört von, von... Sylvia? Ja. Michael. Sie machen ein Gesicht, wenn Sie verlegen sind. Oh. Sie waren vom ersten Tag an verliebt in meine Tochter. Also ich... Oh. Ich glaube, das ist... Aber es sei Ihnen verziehen, Michael. Sei Ihnen verziehen. Es gibt niemanden, mit dem ich Sie lieber verheiratet wüsste. Danke. Und um Ihre Frage zu beantworten, nein. Ich habe seit Semesterbeginn nichts mehr von ihr gehört. Aber Schluss jetzt. Machen wir uns an die köstlich-diffizile... Die diffizil-köstliche Aufgabe einer Unterstundgang-Leon-Transplantation. Was wollen wir heute hören? Mozart? Sie sind halt unersättlicher Mozart-Jahr. Köchel 4,716. Wunderbar. Ganz meine Meinung. Das geht doch nicht, Henry. Du musst etwas essen. Hm. Bitte, Henry. Hm. Mir zu lieben. Hm. Oh, Henry. Du wirst mich gleich viel besser fühlen. Nur eine Kleinigkeit, ja? Warum bist du nur so in letzter Zeit? Sag mir's, Henry. Sag's mir doch. Ich glaube nicht, dass du es verstehen würdest. Oh, Henry. Wie kannst du so etwas sagen? Nach all den Jahren, die wir schon zusammen sind. Oh. Verzeih, liebste. Ich weiß ja nicht mal, ob ich es verstehe. Es ist nur, dass ich immer seit... Das heißt nicht immer, nein. Obwohl ich ihn nie vergessen werde, den Augenblick, gleich nachdem sie schlüpften. Als dieses Wesen kam und sie uns weggenommen hat. Einfach weggenommen. Wie hast du dich aufgeregt? Ganz verstört warst du. Und ich musste stark sein. Und dabei habe ich solche Angst gehabt um dich. Ja, es war vor einem Jahr. Dann waren wir ja auch soweit wieder ganz zufrieden. Schließlich hatten wir ja noch immer unseren Sebastian. Und Anthony. Und Sylvia. Ja, natürlich. Und Sylvia. Merkwürdig, ich kann mir unser Leben ohne Sylvia kaum noch vorstellen. Unser aller Stütze, ja, ja. Ja, das ist sie. Und trotzdem, in mir ist seitdem immer... Nicht, Henry. Irgendein Gefühl von... Von was nur? Ich weiß es nicht. Eben ein Gefühl von... Dass wir es nicht verstehen. Henry. Und jetzt sind Ken und Doreen letzte Woche so plötzlich verschwunden. Und deren... Henry, bitte. Vielleicht ist Ihnen etwas zugestoßen, ja, aber... Ja, nicht vielleicht, Liebste. Es ist Ihnen etwas zugestoßen. Und Sie sind schließlich genauso Kakerlaken wie wir. Nein, Henry, das kannst du nicht sagen. Wenn etwas mir hier Kraft gegeben hat, dann die Gewissheit, dass wir nicht so sind wie Ken und Doreen und deren. Wir müssen uns hüten vor zu viel Mitgefühl. Wenn wir... Nachdem all dies erst einmal vorbei ist, fähig sein wollen, unser Leben wieder so aufzubauen, wie es war, müssen wir uns an die Werte halten, von denen wir wissen, es sind die Waren. Ich bestreite nicht, dass Ken und Doreen damals auch viele ihrer Jungen verlorten. Aber Ihnen sind vier geblieben und es ist eines mehr als uns. Nachdem auch Sarah und Elisabeth uns verließen. Vergiss das nicht. Und die zwei Mädchen und dieser unangenehm aussehende Junge, nie kann ich mir seinen Namen merken, sind sehr einfältig, das wirst du zugeben. Dumm wie Bohnenstroh, alle drei. Schon... Und was Deren betrifft, der war doch einfach ein Ekel, rübelhaft und vulgär, ein Glück, dass er nicht mehr da ist. Es würde mich gar nicht wundern, wenn Candy Kinder, wenn er sie geschlagen hätte. Die haben selber Schuld, dass er so gekommen ist. Aber Liebste, man kann wirklich nicht sagen, dass es Ihre Schuld ist. Mein lieber Henry, mussten die sich wie kleine Vandalen benehmen? Mussten die Jungen die Mädchen zu allen möglichen... Unschicklichkeiten anstiften? Wenigstens höflich hätten sie sein können. Aber Liebste, man muss Ihre Herkunft in Betracht ziehen. Genau das tue ich, Henry. Erinnerst du dich, als sie damals ihren Antrittsbesuch bei uns machten? Ich freue mich, ihre Bekanntschaft zu machen. Ich bin Angela und dies ist Henry, mein Mann. Und wie sie darauf sagte... Hey, Angie! Ich sag gleich Angie zu dir, ja? Und auf keine zehn Sekunden hat sie mich gekannt und schon Angie und du... Hey, Angie! Ich bin Doreen, Do. Ich bitte dich, Do. Und das ist Ken, Canis. Tag, Tag, ihr zwei. Ich hab gefragt, woher kommen sie? Und weißt du noch Doreen darauf? Oh, von zu Hause, unserem Fernfahrercafé. Gerade sind wir eingetrudelt. War nett dort, wirklich nett und warm. Nicht, dass es hier nicht auch warm wäre. Ihr habt euch auch einen netten Platz ausgesucht. Ausgesucht eigentlich nicht, Doreen, hab ich gesagt. Wir sind erst seit gestern hier. Ah, wirklich, ah, trotzdem sehr nett. Aber ich sag ja, bei uns war's auch nett. Richtig nett, den Fernfahrercafé. Im Locus waren wir. Liebster, im Locus. Ich hab nicht gewagt, ihr zu sagen, dass unsere Familie aus dem Esser eines College in Cambridge stammt. Du hast es ihr aber gesagt, Liebste. Ja? Ja. Aber viel Eindruck scheint ihr das nicht gemacht zu haben. Und ihr Lachen, Liebster, ihr Lachen. Die haben wir das nur ausgehalten die ganze Zeit. Hallo, Mama. Hallo, Bert. Hallo, Bert. Silvia, Liebes. Hast du einen kleinen Spaziergang gemacht? War's schön. Super, danke. Ich bin ganz außer Puste. Ich bin so gerannt. Jackie und Tracy will... Jackie und Tracy. Silvia, warst du... Oh, lass mich doch ausreden, Mom. Ich wollte sagen, dass... Silvia, es ist genug, dass du sie erwähnt hast. Oh. Du warst also... Oh, Mom, sei doch fair. Silvia, jetzt spreche ich. Ich hab klar und deutlich gesagt... Mom, ich bin erwachsen. Ich kann selbst entscheiden. Erwachsen oder nicht, es gibt Dinge, die du noch nicht in der Lage bist, voll zu verstehen. Dein Vater und ich haben sehr viel durchgemacht. Wie du weißt, sehen wir dies hier nicht als unsere ständige Bleibeamte. Sondern erwarten, eines Tages dorthin zurückkehren zu können, wohin wir von Rechts wegen gehören. Wir können es uns also nicht leisten, was du... Ach, Schneppelscheiße, Mom. Oh, Silvia. Oh, Mom, hör mal. Nein, Silvia, ich will nichts hören. Du willst wen, liebst du? Lass sie doch sagen, was sie zu sagen hat. Sehr schön. Ach, es ist ja nichts weiter. Nur wegen Jackie und Tracy. Weil die... Also, ich wollte sagen, ich hab ihnen gesagt, dass... Also, dass du jetzt, wo Ken und Doreen weg sind, das... Ach, dass es uns nichts ausmachen würde, sie hier bei uns zu haben. Na, jedenfalls im Augenblick sind Sebastian und Anthony bei ihnen. Sebastian ist sowieso immer zu trüben. Wegen Tracy. Der ist scharf auf Tracy. Nein. Das Wesen. Henry. 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 Du was? Henry. Nur ruhig, Liebste. Henry. Er ist drüben. Er ist drüben. Auf der anderen Seite. Aber vielleicht. Nein. Nein, Liebste. Wir sind ganz sicher hier. Ich glaube, wir satt. Wir hatten ein wenig Mitleid, aber mit Jackie. Und gleich sehen. Und dem Jungen. Egal, wie er heißt. Ja, 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 Henry, du hast ganz recht. Wir sollten mitleid. Henry. 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 Ah, Sebastian. 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 Was ist das? Was? Was haben Sie da gebracht? Das sind... Nein, das kann doch nicht sein. Aber doch. Ich kann es nicht fassen. Was? Erkennst du nicht deine eigenen Schwestern? Das sind Sarah und Elisabeth. Zurückgekehrt von den Toten. Oh. Oh. Das ist zu viel. Ich... Ich... Oh. 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 Ich stehe dich herum, Sylvia. Geh und sag deinen Schwestern guten Tag. Ah, Sir Archibald. Hallo, Michael. Gut, dass Sie schon Wein bestellt haben. Das Essen auf? Ja, es wird nicht mehr lange dauern. Ausbiet. Ja, ich dachte, das wäre... Gut, Sie. Wie geht es, Lady Mary? Nicht schlechter, hoffe ich. Nein, nein. Nein. Aber... Siehst du, Michael? So, wie Sie mich ansieht. Sie hat doch hoffentlich nichts dagegen, wenn wir zusammen essen gehen. Mal essen müssen wir ja wohl. Ich kann nicht kochen und sie ist nicht in der Lage, es zu tun. Personal ist ja nicht mehr heutzutage. Nur Alice. Sie kocht eine Malz ja für Mary, aber... Sie kann nicht auch noch uns versorgen. Außerdem, Mary hatte ja immer schon Verständnis für unseren nachtwürdigen Zeitplan. Sie hat immer gesagt, deine wissenschaftliche Arbeit ist wichtiger als alles andere, mein Lieber. Ja, ja. Nein. Und was ich meine, ist, wie sie mich ansieht. Nicht vorwurfsvoll, aber verängstigt. Und heute Abend hat sie es zum ersten Mal gesagt. Hat das Wort zum ersten Mal ausgesprochen. Archie, sage mir, ich habe Krebs. Krebs. Sie hat es gesagt, nicht ich. Aber den Verdacht hatten Sie beide schon seit einiger Zeit. Ja. Wäre es ihr lieber, wir würden die Arbeit eine Zeit lang unterbrechen, damit Sie bei ihr sein können. Ich glaube, das würde alles nur noch schlimmer machen. Sie würde dann überzeugt sein, dass sie sterbenskrank ist und ich ihr die Wahrheit vorhören kann. Verstehe, ja. Aber sprechen wir von etwas anders. Was haben Sie uns heute ausgesucht? Wohn-Romanie. Weiß, Sie trinken lieber Claret. Nein, 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 das ist mir gar so alt. Also, dann probieren wir. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Also, dann trinken wir auf Lady Mary natürlich. Lady Mary. Ich glaube, wir könnten auch auf Sie und Sylvia trinken. Oh. Auf Sie und Sylvia. So, und jetzt, was gibt es Neues im Labor? Oh, nichts Aufregendes. Die zwei Weibchen, denen wir Injektionen gegeben und die wir wieder Normalbedingungen ausgesetzt haben, leben noch. Oh, gut, 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 gut. Also war die Dosierung ungefähr richtig. Freut mich. Es ist schwierig, die exakte, subletale Dosis zu treffen. Naja, dann können wir ja heute Nacht die Ultraviolett-Aufnahmen machen. Aber, äh, Sie sind doch hoffentlich nicht normal, die beiden. Oh, Himmel, nein, völlig verlangen Sie ernst. Gut, gut. Faszinierend zu beobachten, wie das Herz unter Quasi-Paralyse-Bedingungen immer noch funktioniert. Also, die Aufnahmen heute Nacht und natürlich die üblichen Beobachtungen und nicht zu vergessen die Extirpation der Augen. Männchen oder Weibchen? Oh, spielt keine Rolle, sagen wir Männchen. Dann können wir morgen zwei der Weibchen aufschneiden, um ihre Corpora Cardiaca zu entnehmen. Gut. Und morgen beginnen wir auch mit der Parabiose. Äh, das ist ein Experiment, das mir noch einiges Kopfzerbrechen macht. Selbst wenn das eine der Insekten ohne Kopf ist und beider Blutkreislaufsysteme miteinander verbunden sind, werden sie nicht in entgegengesetzte Richtungen streben und sich auseinanderreißen? Nein, nein, Michael. Sehen Sie, wir werden die Harker-Methode anwenden und das intakte Insekt auf dem Rücken liegend auf dem Kopflosen befest. Ah, und ihm die Beine abschneiden. Genau. Ich muss ja sagen, immer wieder staune ich darüber, wie lang eine Kakerlake ohne Kopf weiterleben kann. Ich wollte, dass er sich als Junge im Internat schon gewusst hat. Dort haben wir die Dinger immer nur zertreten, im Duschraum, vor dem Frühstück. Ja, übermorgen kommt dann das wirklich Interessante, wenn wir sehen, was passiert, wenn wir zwei nicht miteinander harmonierende Ganglien in einem Körper haben. Ah, das scheint unser Fleisch zu sein. Wie geht es Ihnen, Herr Akziweiz? Oh, bestens, bestens. Danke. Freut mich zu hören. Bitte sehr. Danke schön. Danke. Guten Appetit. Danke. Das sieht fabelhaft aus. Also lassen Sie es sich schmecken, Michael. Danke. Sir Archibald. Michael? Wegen Sylvia. Jeder Zeit, mein Herr, jeder Zeit. Nein. Nur was damit? Nur, weil, weil ich sie natürlich nicht sehe, während sie in Cambridge ist. Und ich habe ihr ja nie gesagt, was ich empfinde. Und also weiß ich auch gar nicht, was sie empfindet. Und sie ist jünger als ich. Nicht viel. Nein, nein, aber trotzdem. Sie lernt zum ersten Mal sozusagen auf eigenen Füßen zu stehen. Und sie lebt in einer sehr anregenden und interessanten Atmosphäre. Und sie ist dabei, sich selbst zu verwirklichen. Und all das. Und natürlich gibt es überall in der herum mit... Tarnivoren. Was? Tarnivoren. Männer. Ja. Nein. Nein? Nein. Nein, sie betet sie an, Michael. Sie findet sie wunderbar. Nein, das kann ich nicht glauben. Um sie herum wimmelt es von, von, was sie Karnivoren nennen. Sie ist ein faszinierendes Mädchen. Und nicht nur das, sie, sie begeistert sich auch selbst für so vieles. Wie soll sie sich also nicht für irgendeinen unwiderstehlichen Cambridge-Studenten begeistern? Nein, Michael. Sie ist meine Tochter, verdammt nochmal. Ich bin vielleicht ein alter Kauze, zu alt, ihr Vater zu sein. Aber ich kenne sie seit 20 Jahren. Vergessen Sie das nicht. Aber haben Sie seit Semesterbeginn etwas von ihr gehört? Nein. Sehen Sie. Erst vor sechs Wochen war sie zu Hause. Aber nur auf einem Sprung. Die meiste Zeit war sie unterwegs. Ja, eine Studienreise nach Spanien. Auf Studienreisen passiert vieles. Außerdem war es Portugal. Ja? Ja. Michael, mein Junge, Sie können sich darauf verlassen. Sie sitzt jetzt in diesem Augenblick über Ihrer Lektüre im Lesesaal der Bennett-Bibliothek und um zehn vor zehn wird sie Ihre Bücher zu klappen und gähnen und sich sagen, liebe Zeit jetzt reicht es aber für heute und in Ihr Bettchen im Clare College kriechen. Clare College, wo sich heutzutage die intelligenten Frauen zusammenfinden, wie ich weiß. Und die Feministin, die ja sehr freizügig ist. Das kann ich nicht beurte. Also, trinken wir noch einen Schluck für die langen Nachtstunden. Also, Prost. Komm, Liebste, komm, nicht mehr weinen. Du kannst nichts daran ändern, Liebste, auch wenn du noch so weinst. Wir müssen lernen, die Dinge aus der richtigen Perspektive zu sehen. Wir müssen sehen. Er hat ütlich gesprochen. Zumindest haben Sie ihn zurückgebracht. Das ist doch schon viel. Er lebt, Liebste. Er lebt. Mein Ente. Ja. Er ist immer noch dein Ente. Und auch meiner. Und wir müssen dankbar sein. Aber er ist blind. Mein Liebling. Wie könntest du plötzlich so, so gelassen sein? Heute Nachmittag warst du, der so deprimiert war. Ja, Liebste. Aber wir dürfen nicht beide die Nerven verlieren. Stark zu bleiben, ist unsere einzige Hoffnung. Es ist ja nicht so, dass wir etwas getan hätten, das ihm Wind gemacht hat. Wir haben uns nichts vorzuwerfen. Wir haben ihn nicht genug geliebt. Wir haben ihn herumziehen lassen. Wir haben ihn zu diesem... Liebste. Ich bin sicher, dass Jackie und Tracy genauso erschüttert sind wie wir. Hast du gehört, was sie dir erzählt hat? Unmöglich. Wie sollten Sie? Ja, aber fast so. Ihnen macht es bestimmt nicht so viel aus. Ich kann auch gar nicht begreifen, dass unsere Tochter es fertig bringt, in solchen Zeiten zu denen da zu laufen. Liebste, seid doch vernünftig. Sie war immer eine fahrtügliche Tochter. Sie kümmert sich unermüdlich um Sarah und Elisabeth, seit sie so behindert sind. Und jetzt sorgt sie auch noch für Anthony. Und jetzt noch ein kleines Lächeln. Ja? Du möchtest doch nicht, dass Anthony dich so unglücklich sieht. Oh, 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 oh. Oh nein. Meine Arme, Anthony. Oh nein, nein, bitte. Er soll mich nie mehr sehen. Das ist es nicht, was ich gemeint habe. Und das weißt du doch auch. Ich habe nur gemeint, du willst doch Anthony nicht merken lassen, dass du geweint hast. Gibst du. Nimm dich zusammen. Ja. Du darfst doch so nicht weiterkommen. Angela. Keiner von uns darf das. Das geht einfach nicht. Angela. Wir müssen an das denken, was wir haben. Nicht an das, was wir haben möchten. An das zu denken, was man haben möchte, ist ganz in Ordnung in guten Zeiten. Aber die sind rar. Niemand hat ein Recht auf Glück. Und so denken, man habe ein solches Recht, das führt mit Sicherheit ins Unglück. Nichts geschieht ohne Sinn und Zweck, Angela. Vergiss das. Auch wenn der Sinn oft schwer zu finden ist. Ach, nimm sie wieder. Wie hat der unglückselige Zustand von Sarah und Elisabeth kieft die Kräfte des Mitleidens in ihr geweckt. Und genauso natürlich Anthony's Gebrechen. Und Anthony bringt eben dieses Gebrechen möglicherweise dazu, einmal eine bei weitem größere Kakerlake zu werden. In geistiger Hinsicht. Ja, aber... Überleg doch mal, wie sich sein Wahrnehmungsvermögen ändern wird. Denke an die tieferen Einsichten, zu denen er durch Kontemplation in seiner neuen dunklen Welt nicht länger verblendet vom Sichtbaren gelangen kann. Denn was ist das Sichtbare anderes, als ein Wirrwarr von Dingen, die wir sehen, aber nicht verstehen. Verstehen erreicht man durch innere Versenkung. Und das ist der Weg, der zu wahren Adel der Sünde führt. Oh, Henny. Liebster. Du hast so recht. Ich bin ein dummes, altes Ding gewesen. Henny. Oh, Henny. Oh, Angela. Hallo, Mom. Hallo, Dad. Tag, Silvia. Hallo, Silvia. Ich bin total kaputt. Dein Liebling, du bist wunderbar. Wie geht es Anthony? Auch so einigermaßen. Er fragt da und wie viel Uhr es ist. Ich habe ihm gesagt, dass du bald kommst. Gut, ja. Sarah und Elisabeth geht es gar nicht gut. Die haben keinen Piep von sich gegeben. Aber ich glaube, ihr braucht euch, um sie keine Sorgen zu machen. Sie waren nie wirklich ganz da, seit sie zurückgekommen sind. Und ich glaube auch nicht, dass sie es noch lange macht. Oh. Nein, Mutter. Nichts. Das macht mich ganz krank. Bitte. Also, Mutter. Ach, das heißt, ihr beide. Ich wollte euch etwas sagen. Ja, meine Liebe. Also, ach, ich weiß nicht ganz wie. Aber, ja. Also, ich wollte nur sagen, es tut mir leid, dass ich so, so, naja, egoistisch war heute Nachmittag. So gedankenlos. Ach, was passiert bei mir? Ich weiß. Dabei liebe ich euch doch so sehr. Und, und ich hätte nicht solche Sachen sagen sollen, die euch unglücklich machen. Und, und, ja. Also, das war's. Bitte verzeiht. Oh, Silvia. Oh, meine Silvia. Ich sollte, ich sollte, ich gehe jetzt wieder zu Anthony. Bitte komm auch bald, Mutter. Sie hat mich Mutter genannt. Sie ist erwachsen geworden. Sie hat mich Mutter genannt. 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 Temperatur konstant. Feuchtigkeit konstant. Allgemeiner Zustand vorzüglich. Keine Anzeichen von mildem Befall. Weder Rezoglifos Tarsales noch Pinediaphylus. 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 Herr Achewald, guten Abend. Oh, und mal Glückwünsche. Tut mir leid, dass ich erst erst komme. Ach, das macht doch nichts. Alles soweit in Ordnung? Ja, ja. Pinediaphylus. 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 Das strafte ganz gleich. Ist etwas nicht in Ordnung, Herr Asschewald? Ja. Nein, nein, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Lady Mary. Sie sieht so gottergeben aus, als wolle sie gleich zur Bibel gerufen. Sollten wir dann nicht liegen? Nein, 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 wir machen weiter. Wie gesagt, es ist besser zu warten, bis die Befunde vorliegen. Sollten die nicht heute kommen. Sollten, ja, aber der Doktor hat angerufen, kurz vor dem Lunch. Es dauert noch bis morgen. Er konnte noch nichts sagen? Also, dann ans Werk. Ich hoffe, Sie haben nichts dagegen. Ich bin ziemlich in maler Stimmung heute. Natürlich habe ich nichts dagegen, Sir Archibald. Und dann morgen können Sie es nicht aussuchen. Haben Sie übrigens daran gedacht, die Rheingold-Kassette zu besorgen? Nein, das habe ich ganz vergessen. Das macht nichts. Vielleicht ganz gut. Wenn Sie sich für morgen aufdrehen können, bringe ich noch Valkyron Siegfriede. Ah ja, und sehen Sie sich auch noch nach der Götterdämmerung um. Dann werden wir für ein paar Nächte mit Wagner versorgt haben. Fein. Hört sich gut an. Natürlich. Bis morgen ist mir vielleicht ganz anders zumute. Vielleicht mehr nach maurerischer Trauermusik. Sir Archibald. Ach, Meike, wenn wir nicht mehr scherzen können, was bleibt dann noch? Nein, nein, Sie haben ganz recht. Sie haben ganz recht. Ah. Wenn schon, wenn schon, lassen wir uns komplett deprimieren. Es ist mir gleich, es ist mir gleich, es ist mir gleich. Ja, 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 ganz gleich ist es mir. Sollen Sie kommen, sollen Sie kommen und mich holen, es ist mir gleich. Hörst du, Henry? Es ist mir gleich. Hörst du, Henry? Nicht, nicht meine Kinder. Nicht meine Kinder. Nicht meine Kinder. Angela. 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 Angela, wir wissen es nicht. Wir haben keine Beweise. Wir können unter keinen Umständen sagen, dass Sie sie umgebracht haben. Wir dürfen keinen Hass aufkommen lassen, Angela. Hass tötet. Tötet die Seelen. Ach. Gut, ich muss zugeben, die zwei Mädchen sind gestorben, wir haben es mit angesehen, aber es besteht die Möglichkeit, dass Sie sie nicht umgebracht haben, sondern, sondern, dass Sie vielleicht, ja, dass diese, diese Wesen, Sie vielleicht irgendwo gefunden haben. Sie waren herumirrend, krank, und, äh, und Sie uns zurückbrachten, weil Sie wussten, dass Sie sterben würden. Und weil Sie dafür sorgen wollten, dass wir noch einmal alle zusammen sein können. Vor dem Ende. Wie sollen Sie sie herumirrend gefunden haben? Sie haben sie doch selbst geholt, als Sie kaum sechs Monate alt waren. Ach, ja, ja, eben, das ist es ja. Verstehst du, Sie, Sie haben alle geholt, die Jungen, eins nach dem anderen. Die zwei, zu dritt, zu vierten. Ja, sicher, richtig, vielleicht nicht eins nach dem anderen, aber im Lauf des Jahres. Und ich bin sicher, das hätten Sie nicht auf diese Weise getan, wenn es Ihre Absicht war, Ihnen ein Leib zuzufügen. Puh, wenn Sie das gewollt hätten, dann, dann hätten Sie uns zertreten können, oder, naja, irgendwas sonst. Aber Sie waren immer wohl so. Sie haben Anthony die Augen ausgestochen. Oh, Unsinn, Liebste. Du hast keinerlei Anhaltspunkt dafür, dass Sie ihm die Augen ausgestochen haben. Warum? Wenn Sie das getan hätten, hätten Sie ihn dann zurückgebracht. Wozu? Und warum haben Sie ihn jetzt wiedergeholt? Und Sylvia auch? Naja... Ist Sylvia? Ähm, mir scheint, äh... Naja, es ist ja aber ziemlich klar, was geschehen ist seit letztem Herbst, seit alles anfing. Und was geschehen ist, ist, äh, dass, äh, dass Sie sie irgendwo anders hinbringen. Wohin? Na, an einen besseren Ort, ja. An einen Ort, wo Sie glücklich sein können, wo Sie beschützt leben können und warm und von niemand belästigt. Und was dann passierte, war, dass Sarah und Elisabeth irgendwie krank geworden sind. Und da wurden Sie uns zurückgebracht, weil die, wenn diese Wesen eben wussten, wir würden Sie gern noch einmal sehen. Und mit Anthony war es dasselbe. Er war blind geworden, sicher noch ehe er angelangt war an dem anderen Ort. Also haben Sie auch ihn zurückgebracht. Nur, als Sie merken, dass er nicht sterben würde, haben Sie ihn wiedergeholt. Und um jemanden dabei zu haben, der ihn versorgt, haben Sie auch Sylvia mitgenommen. Sylvia, ich werde Sie nie wiedersehen. Was? Oh, aber Liebste, du verstehst mich nicht. Sie werden auch uns holen, wenn es soweit ist. Uns haben Sie als Letzte übrig gelassen. Schließlich sind wir die Eltern. Aber Ken und Doreen haben Sie letzte Woche geholt und Jackie und Tracy und den Jungen. Egal, wie er heißt, erst heute. Na ja, äh, weil, äh, weil, äh, weil, na, weil dort, wo Sie liegen, hinbringen, da alles etwas anders läuft. Vermutlich kein ganz so guter Ort und deswegen haben Sie sie gebraucht. Ich meine, wahrscheinlich waren die Jungen außer Rand und Band und die Eltern mussten herangeschafft werden, um Simo was zu lehren. Ist doch alles ganz episch. Oh, Henry, Liebster. Du bist so gut zu mir. Sie werden uns bald holen können, keine Sorge. Und wir werden uns nicht fürchten. Dein. Nein. Sie behandeln uns sanft. Sie wollen uns nicht wehren. Sie sind da draußen und wir schützen uns. Wir brauchen uns nicht zu ängstigen. Sie sorgen für uns. Wir sind in Ihrer Hand. Oh, Liebster. Ah, Sir Archibald. Hallo, Michael. Einen Schluck Wein, Sir Archibald. Oh, ja, ja, ja. Danke. Wie gut glaubt... Hey, was meinen Sie? Oh, Verzeihung. Bitte nach Ihnen. Nein, Michael. Nach Ihnen. Tja, ich wollte nur fragen, wann wir Ihrer Meinung nach die beiden noch verbliebenen Kakerlaken aus dem Normalbehälter im Dauerhell umsetzen sollen. Äh, die, 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 die zwei noch verbliebenen? Ja. Zwei aus Normal. Zwei aus Normal. Ja, ja. Heute Nacht. Ja, heute Nacht, würde ich sagen. Das Parabiosepaar ist natürlich auch im Dauerhellbehälter. Macht nichts. Macht nichts. Na gut. Und das Weibchen ist dann... Was ist das? Das wir heute Nacht in Dauerhell bringen. Das ist dann morgen für die Implantation vorgesehen, oder? Ja. Und, äh... Was hatten Sie, äh... Was wollten Sie vorhin sagen, Sir Arthur? Ja. Wollte ich fragen? Wie gut glauben Sie es, Sylvia zu kennen? Oh. Nichts Neues über Lady Mary? Nein. Oh nein. Fühlt sie sich besser? Nein, nein, nicht besser. Aber... Es geht um Sylvia. Sie ist doch nicht... Ist sie krank? Ich war auch nicht krank. Aber... Sie wollten wissen, wie gut ich sie zu kennen glaube? Ja. Ja, dann... Sehen Sie... Verdammt nochmal, ich kann es Ihnen auch erzählen. Höchst bedrückt, das Ganze, Michael. Ich habe Mary deshalb auch gar nichts davon gesagt. Der Schott würde Sie umbringen. Aber Sir Archibald... Schließlich und endlich ist sie kein kleines Mädchen mehr. Sie kann tun und lassen, was sie will. Nur... Die Vorstellung, dass wir die ganze Zeit nichts, aber auch nichts davon gewusst haben. Sir Archibald... Sir Archibald, bitte erklären Sie. Lassen Sie mal. Ach so. Ja, 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 eben der Brief. Heute ist er gekommen. Ein Brief von Sylvia? Ja. Ja, wo schreibt sie? Eine Menge. Höchst beunruhigend alles. Aber sehen Sie, Michael, sie hat ihn vor sechs Wochen geschrieben. Gleich zu Semesterbecken. Und aus irgendwelchen Gründen kam er erst jetzt an, und weiß der Himmel wieso. Sir Archibald, was steht in dem Brief? Dass Sie das Biologiestudium aufgibt, das haben wir nie wirklich Spaß gemacht. Dass Sie meine Forschungsarbeiten für absolut sinnlos hält. Total realitätsfern. Dass Sie jetzt Soziologie und politische Wissenschaften studieren. Und das Allerschlimmste, dass Sie nicht mehr im College lebt, sondern in irgendeinem Haus, zusammen mit einem Burschen namens Dave, Dave, Dave. Ja, schon fast sechs Wochen, und wir haben nichts davon gewusst. Mit Ihnen leben? Ja. Sechs Wochen. Ja, wie um Himmels Willen soll ich das je Mary beibringen? Glauben Sie, sie liebt diesen Dave? Was liebt? Ich habe keine Ahnung. Aber das ist... Das ist ja entsetzlich. Was für eine Karriere hatte sie vor sich? Verliert sie jetzt nicht ihr Stipendium? Sie hat kein Stipendium. Ja, ja. Wie geht es immer, Sir Archibald? Ah, danke, danke. Guten Appetit. Ja. Ja. Ja, danke, danke. Ja, danke. Ja, danke. Was werden Sie machen? Ich weiß es nicht. Ich weiß es ganz einfach. Da fängt man ja an, sein ganzes Lebenswerk infrage zu stellen. Wir haben alles, Michael. Alles um Sie herum aufgebaut. Aber Sie will nicht mehr daran teilhaben. Und Mary liegt in ihrem Bett und hat Angst zu besterben. Ich habe Sylvia nichts von Mary gesagt. Ich wollte sie nicht beunruhigen. Jetzt kann ich Mary nichts sagen von Sylvias Brief. Was hat das zu bedeuten, das alles? Gibt es da oben jemanden, der all das verfügt? Ich war nie ein religiöser Mensch, Michael. Aber es sieht so aus, als würde mir Stück für Stück alles genommen, wofür ich gelegt habe. Soll das? Eine Heimsuchung sein. Eine Prüfung. Ich habe nie mit Ihnen darüber gesprochen, Michael. Es bestand ja kein Grund. Aber wir hatten noch eine Tochter. Lange vor, Sylvia, als wir beide noch sehr jung waren. Sie ist schon als Baby gestorben. Mary hat damals geschworen, sie wolle nie mehr ein Kind. Aber dann kam Sylvia doch. Wir haben sie auf Händen getragen. Ihr alles gegeben. Wir dachten, sie liebt uns auch. Und jetzt das. Mary hat vielleicht Krebs. Sylvia. Warum, Michael? Ja. Vielleicht bin ich zu alt. Zu alt für diese sinnlose Arbeiterei. Sylvia hat recht. Was kommt schon dabei heraus? Vielleicht sollte ich wirklich versuchen, es von Ihrem Standpunkt aus zu sehen. Vielleicht wird sie eine bedeutende Politikerin. Soziologie und politische Wissenschaften klingt für mich eher nach Ausgleich. Man kann nie wissen, Michael. Man kann nie wissen. Und dieser David? Dave. Dave? Vielleicht ist er ein durchaus vernünftiger Typ. Das bezweifle ich. Michael, wenn es Ihnen nichts ausmacht. Mir ist nicht nach Essen heute Abend. Aber es ist ja gut. Ja, ja. Nennen Sie es mir übel, wenn ich nach Hause gehe. Nein, nein, natürlich nicht, Sir Archibald. Bitte Sie. Ich sehe Sie dann später im Labor. Aber wenn Sie lieber nicht mehr... Doch, doch. Ich glaube, ich sollte das. Tut mir gut. Bis später dann. Bis später, Sir Archibald. Dave. Davey, 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 Schatz. Sechs. Vielleicht, vielleicht deswegen, weil wir jetzt so allein sind. Was meinst du, Liebste? Dass alles so... ...so merkwürdig ist. Wie merkwürdig? So... ...so... ...ich weiß nicht. Als würde man warten. Ja, fast so... ...als ob... ...als... ...als... Oh, Henry, ich hab Angst. Ganz unnötig, meine Liebste. Und was, wenn... Nein. Meine Liebste. Kein was, wenn. Aber... ...und kein aber. Aber, wenn Sie uns nicht zu den anderen holen. Sie sind ja ein Ente, wie ein Silvesti. Liebste. Sie kommen bestimmt. Sie würden uns hier nicht zurücklassen. Aus welchem Grund auch. Oh, Henry. Sch, sch, sch. Kim, hier. Denk daran, dass wir einander versprochen haben. Uns nicht zu fürchten. Wir müssen ganz ruhig sein. Es ist schwer, ich weiß. Aber wenn wir uns nicht fürchten, wird uns auch kein Leid geschehen. Aber, Henry... ...wenn er nur einen für uns nimmt. Vertrauen. Liebling. Siehst du? Er hat uns beide genommen. Er trägt uns zu den anderen. Aber... Aber Henry angenommen, er verwechselt uns. Und bringt uns zu Ken und Doreen und Jackie und Tracy und diesem Terran. Henry, er macht es bestimmt falsch. Henry, ich hab solche Angst. Angela, wie könnte er das falsch machen? Er hat uns bewacht, diese ganze lange Zeit. Und da macht er nichts falsch. Oh, Henry. Henry, Henry. Henry, wo sind wir? Was ist das hier? Ich weiß es nicht, Liebsten. Es ist... Es ist... Ich weiß es nicht. Henry, es ist so hell. Warum ist es so hell? Ich weiß es nicht, Angela. Sollte das dunkel sein. Überall ist es so dunkel und hier ist es so hell. Irgendwas stimmt nicht, Henry. Wo sind die anderen? Ich weiß es nicht, Liebling. Ich nehme an... Wo sind sie? Ich finde dich jetzt nichts. Alles ist falsch, Henry. Alles ist falsch gelaufen. Es ist nicht falsch gelaufen. Die anderen... Was ist das? Was? Was ist das da? Wo? Da drüben. Ja. Nicht Angst haben, Liebste. Nicht Angst haben. Es tut uns sicher nichts. Es ist riesig. Es ist gar nicht so groß. Oh. Nein. Es kommt auf uns zu. Es ist... Es ist... Das ist... Das ist eine Kalkalake. Mit der Rüstenmutter. Angela, nicht hier. Es ist... Ich... Au. Er ist nicht... Es hat keinen Kopf. Es läuft. Aber... Es hat keinen Kopf. Henry. Henry. Oh, was? Oh, ich bleibe nichts. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Es sieht aus... Noch eine Kalkalake. Nein! Das war nicht so. Ohne Beine. Aber... Es ist doch eine... Die lieb. Umgehe. Nein! Nein! Hallo, Mann. Alle selbst verstehen, dass ihr hier seid. Das ist sehr unabhängig. Es geht ihm gar nichts Gutes. Silvia. Dave. Dave, 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 Dave. Hallo, Silvia. Ich bin's, Michael. Wollte nur mal vorbeikommen. Oh, Mickey, du musst Dave kennenlernen. Hallo, Dave. Hi, Michael. Ich bin's, coffee mal vorbeikommen. Dün, ich bin's. Tschüss. Mike? Bank! Mike? Ja, alles in Ordnung. Gibt's was Neues? Nein. Nein, nichts noch immer nicht. Ah ja, ja. Alles okay hier? Ja, ja, alles in Ordnung. Gut. Und was liegt heute an? Danke. Tja, Beobachtung der zwei in Parabiose verbundenen Tiere. Die Diagramme habe ich schon geprüft. Aktivitätsrhythmus ist noch vorhanden, wird aber offensichtlich schwächer. Dem Weibchen, das wir seit gestern in Dauerhell haben, wollten wir das Ganglion des Weibchens aus dem Dauerdunkel implantieren. Es wird nicht lange überleben, nehme ich an, da sich in der Zeit... Können Sie heute Nachmittag allein die Stellung halten? Ja, selbstverständlich. Um die Wahrheit zu sagen, ich fühle mich schwarz durch. Die ganze Nacht fast nicht geschlafen und dann hat diese dusselige Alice Mary auch noch Silvias Brief gegeben. War natürlich alles aus. Michael, Lester, es ist unvorstellbar, das alles. Sie wollte, dass ich... dass ich ihr irgendein Mittel gebe, um Schluss zu machen. Schluss machen, Michael. Ich habe ihr eine Schlaftablette gegeben, dann kann sie wenigstens nichts Unüberlegtes püren, wenn ich weg bin. Aber ich muss wieder nach Hause. Kann ich Ihnen irgendwie... Nein, danke, danke. Machen Sie hier weiter, damit ist mir am meisten geholfen. Ja, ja, dann... Also, sehe ich Sie nachher noch? Dann treffen wir uns zum Abendessen, dann sage ich Ihnen, was ist Neues. Hoffentlich Gutes. Hoffentlich, Michael. Hoffentlich. Zack, dann gehe ich wieder. Ja. Meine... Meine aufrichtigen Empfehlungen an Lady Mary, bitte. Ja, nicht aufrichtig. Bis später, dann. Ja, Sir Archibald. Bis später. Arme alte Lady Mary. Ah, ja. Crazy man, crazy man, crazy. Okay, little lady Kakerlack. Blaubst du, Sie bringen Mut auf wieder zurück? Ich weiß es nicht, Silvia. Ich weiß es nicht. Ich hoffe. Doch, ja, ich bin sicher, Sie bringen sie wieder zurück. Sie haben sie nur mitgenommen, weil sie sich so aufgerückt hat. Ja. Ich konnte es nicht verstehen. Es war sehr schwer für Sie. Ich glaube, Sie dachte... Sie dachte, das hat mit der Herrin alles irgendwie angezettelt. Du brauchst nicht leise sprechen, Silvia. Er kann dich nicht hören. Ah, ja. Das... Das hat er aber nicht. Oder? Das sagst du, Silvia. Das hat alles angezettet. Der Herrin? Natürlich nicht. Nein. Wer... Es waren... Es waren aber doch nicht diese Wesen, die ihm den Kopf abgeschnitten haben, oder? Ich weiß es nicht, Silvia. Das hat es mir nicht sagen können. Sie würden so was nicht tun. Es stimmt nicht. Sie lassen ja auch zu, dass du ihm hilfst. Warum sie dich dazu ausgesehen haben? Ich habe das Gefühl, das muss sehr unbequem sein, Silvia, so verkehrt herum. Und ohne... Ohne Beine. Es macht's müde. Sehr. Und wahrscheinlich, weil ich auch bei Daryl denken muss. Ich könnte mir nichts sagen, er soll in die oder die Richtung gehen. Ich muss meinen Willen auf ihn übertragen. Aber... Sie haben mit ihr die Beine abgeschnitten, Silvia. Ich weiß es nicht, aber ich lief es in der Brust. Aber später, wenn Daryl, wenn er... Wenn er stirbt. Was dann? Ich weiß es nicht, Silvia. Es gibt Fragen, die wir nicht stellen dürfen. Aber Silvia... Warum? Wozu? Ich weiß es nicht. Ich hätte gedacht, sie bringen uns zu den anderen. Aber das hier ist nicht der Ort. Nicht der Ort, wohin es gehen soll. Aber dahin bringen sie uns noch. Wir waren töricht und anmaßend. Ich habe gedacht, wir kommen gleich dorthin. Jetzt ist es mir klar. Dies ist erst eine Zwischenstation. Ja. Man darf nie zweifeln. Denkt daran, Silvia. Ja. Ich weiß gar nicht. Ich bin so ein Bücher. Oh, Michael. Endlich. Schon lange hier, Sir? Gute Nachrichten. Prächtige. Ja? Jetzt kosten Sie den mal. Oh, danke. Das Nonplusultra? Absolut. Also, cheers. Happy days are you rich. Aber jetzt brenne ich vor Neugier. Sie brennen vor Neugier, mein Junge. Und ob? Was hat sich getan? Alles hat sich getan. Der Doktor war da? Der gute Doktor war da und ist wieder gegangen. Der Postbote war da und ist wieder gegangen. Und unsere Perle Alice hat in ihrer Schürzentasche einen Brief entdeckt, der seit gestern dort schmorte. Seit gestern. Ich hätte dir die Neugier umdrehen können. Erzählen Sie. Was wollen Sie zuerst werden? Ganz gleich. Der Doktor? Der Doktor, der gute Doktor kam und hat erklärt, dass nichts zur Beunruhigung Anlass gäbe. Einfach so? Einfach so. Und Lady Mary geht es besser? Unter uns gesagt, Michael, ganz im Vertrauen. Es war eine psychosomatische Geschichte. Dazu neigt sie, unsere Lady Mary. Das heißt also, sie ist gesund? Vondant schwach natürlich. Aber das hat sie sich selbst zu schreiben. Ein bisschen Südfrankreich und alles ist kuriert. Ich denke, wir werden in ein, zwei Wochen eine geruhsame Tour zu den alten Schlössern machen. Haben Sie Lust mitzufangen? Ich? Aber, ja, sehen Sie. Wir werden es Lento angehen müssen, Mary und ich. Und junge Leute brauchen junge Leute, um sich austoben zu können. Wie soll ich das verstehen? Sylvia wäre bestimmt nicht glücklich nur mit uns zwei Oldies. Sylvia? Eben, ja. Und jemand muss auf Sie aufpassen, auf diese leichtfertige Person. Aber, aber... Was ist denn passiert? Du liebe Zeit, Michael, schnell von Begriff sind Sie gerade nicht. Typisch Akademiker. Alles, alles ist wieder im Lot. Alles bestens. Der Brief... War von Sylvia? Natürlich. Dummer Junge. Ja, und was schreibt sie? Sie schreibt, Moment, hier. Liebste Mami, liebster Daddy, ihr Süßen. Oh weh, oh weh und nochmal weh, dreimal weh. Jetzt halten Sie mich aber zum Namen. Was schreibt sie wirklich? Geben Sie mir den Brief. Michael, man reißt nicht anderen Leuten Brief aus da. Also, sie schreibt schlicht und einfach. Sie sei froh, dass wir nie auf den ersten Brief geantwortet hätten, weil alles ein Riesenfehler gewesen sei. Von A bis Z. Sie ist wieder bei der Biologie. Sie haben ihr erlaubt, nochmal zu wechseln. Und ihr Zimmer im College hat sie auch wieder bekommen. Weg, spielt keine Rolle mehr. Wunderbar. Und? Es kommt noch besser. Ja? Ja. Lesen Sie weiter. Worauf Sie sich verlassen können. Aber ich füge hinzu, dass ich damit dem ausdrücklichen Wunsch der Schreiberin zuwiderhandle. Aber Sie werden es doch tun. Wenn Sie versprechen, dich zu halten. Aber ja, natürlich. Also, was schreibt sie? Sie schreibt... Ich zitiere wörtlich. Übrigens, schreibt sie. Übrigens, was macht Michael? Ich hatte im Stillen gehofft, aber das brauchst du nicht weiterzugeben, er würde mir schreiben. Ist das schüchtern? Ich hoffe, er hat nicht nicht geschrieben, weil er nicht schreiben wollte. Er arbeitet doch noch bei dir und... Sieh zu, dass er da ist während der Ferien, aber geh ja nicht hin und mach. Faktlose Anspielung. Jetzt würde ich sowas tun. Also, das ist... Das ist... Ja, das war's. Ja. Also... Ah, wie ist es? Kommen Sie mit nach Frankreich? Na ja... Ja. Ja. Jetzt sehen Sie, Michael, wie Sie da drüben sagen... Tutte pour le mieux dans le mieux de monde possible. Jetzt sind Sie baffert. Sie setzen mich immer wieder in Erstaunen, Sir Archibald. Und ich habe gedacht... Ich wüsste es. Silvia... Sie ist müde, Sie wird nicht antworten. Und hier ist es so hell. Immer hell. Angela, komm nicht zurück. Sie haben sich so gut. Und Silvia bringen Sie um. Nur, ich bin nach hier. Na. So lange Leben ist... ...ist Ordnung. Angela lebt. Ja, natürlich, sie lebt. Sie kommen zurück. Und Silvia werden Sie wieder gesund machen. So wird es sein. Ja. Silvia. Ich habe mich getäuscht. Von Anfang an. Es gibt keine Hoffnung. Hat sie Unrecht getan? Wird sie bestraft? Werde ich bestraft? Niemand hat uns gesagt, wo wir Unrecht getan haben. Wie hätten wir es wissen sollen? Was wollt ihr? Was wollt ihr von uns? Ich muss Vertrauen haben. Dies ist nicht das Ende. Nur eine Zwischenstation. Dann bringen Sie mich zu dem anderen Ort. Dem Besseren. Ich... Ich bin noch nicht so weit. Deswegen bin ich hier. Deswegen ist Silvia hier. Wir müssen noch durch Prüfungen gehen, damit wir unsere Schwächen erkennen und lernen, sie zu überwinden. Damit wir uns selbst erkennen. Dann werden wir zu dem anderen Ort gebracht. Ja. Ja. Ich bin hier, Silvia. Geh nicht zu Wort, Elia. Nein, Silvia. Wir bleiben zusammen, nicht wahr? Ja, Liebes, natürlich bleiben wir zusammen. Ach, das selben Bein, das macht nichts, oder? Nein, Liebes, das macht überhaupt nichts. Ich weiß, Mutter wird es nicht erzählen. Ach, ich... hab ganz vergessen zu fragen, Michael. Wie ist es heute Nachmittag gegangen? Och, bestens. Keinerlei Probleme. Dem Weibchen mit dem eingepflanzten Ganglion gebe ich noch etwa 24 Stunden, bevor es anfängt, Darmtumore zu entwickeln. Ausgezeichnet. Wissen Sie, Michael, ich kann gar nicht sagen, wie froh ich bin über Silvia. Ich sehe eine strahlende Zukunft für sie. Ja. Ja. Sie macht mich sehr glücklich. Und mich erst. Irgendwie hat sie es fertiggebracht, dass ich... dass ich mich fühle, als könne ich mit praktisch allem fertig werden. Schon der Gedanke an sie gibt mir einen neuen Schwung. Das kenne ich. Ich war ja wirklich schon so weit, depressiv zu werden. Sie wissen ja, dumme Philosophiererei, pseudometaphysisches Gegrübel, warum gerade wir, Heimsuchung, Gottesberichte und was noch alles. Du liebe Zeit. Wie viel Unsinn man sich ausdenken kann. Ungesund. Michael, glauben Sie es mir? Tut nicht gut. Hat noch nie jemandem geholfen. Weitermachen. Nichts als weitermachen. Kann ich nur sagen. Genau. Ach ja. Mir ist schon in Ordnung. Unsere gute, alte Welt. Kommen Sie doch mit zu uns auf einen kleinen Schluck? Ja, ich... Das Labor kann warten heute Abend. Dann sage ich nicht nein. Also, gehen wir. Mary wird sich freuen. Übrigens, wissen Sie, Michael, was ich immer schon gedacht habe? Nein. Ich habe gedacht, dass wir doch eigentlich nur... Nein. 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 Die Rollen und ihre Sprecher waren... Angela, Angela Schmidt. Henry, Gerd Balthus. Sylvia, Dominique Voss. Sir Archibald, Klaus Schwarzkopf. Michael, Lutz Mackenzie. Der Ober, Volker Langwagen. Ton, Peter Kretschmann. Peter Kretschmann. łem bi recommend. suche, duumenier, duumenier duum... Untertitelung des ZDF, 2020